Urplötzlich, in der letzten Wahlumfrage vor den Landtagswahlen in Brandenburg, führt die SPD deutlich vor der AfD. Das erste Mal seit Monaten ist die Partei stärker in einer Umfrage. Wie kommt das? Und auch die zahlreichen 37 Direktmandate, die in sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei der AfD standen, sind weit weg von der Realität. Wir gucken uns diese letzten Informationen vor den Wahlen genau an und ich möchte an dieser Stelle meine Reichweite ganz gezielt dazu nutzen, aufzurufen, geht wählen. Moin zusammen, ich bin Olli, wir legen direkt los und wir sehen das Ganze hier. Das kommt nämlich von der Wahlprognose.de. Und einige haben immer, wenn ich wieder Wahlprognose.de gezeigt habe, gesagt, die sind ja total konservativ, die sind ganz rechtsorientiert. Klar, dass da die AfD immer so stark ist. Offensichtlich ist das eine ganz neutrale Möglichkeit, sich hier zu informieren über Umfragen. Und klar, das ist ein kleiner Bereich und alles. Umfragen immer differenziert betrachten. Wir kennen das, keine Frage. Aber wir sehen hier auch offensichtlich, dass es ein bisschen SPD-lastig jetzt geworden ist. Denn wenn wir uns das Ganze hier anhand der Wahlkreise angucken, sehen wir das, wie es hier um die verschiedenen Wahlkreise steht. Und wir machen gleich auch nochmal einen Vergleich mit einer älteren Aufnahme dieser Seite. Da war es deutlich blauer. Da war es viel, viel blauer. Nur ein, zwei, drei Fleckchen, die in einer anderen Farbe waren. Und wenn wir jetzt hier runter scrollen, die Direktmandate, gucken wir uns gleich an. Wir gucken jetzt erst mal hier auf die Umfragen. Und wir sehen das nämlich hier. Da hat die SPD sage und schreibe 28 Prozent mit einem Plus von 1,5 Prozent hier in dieser Befragung erzielt. Und im Verhältnis dazu 27 Prozent, ein Minus von 1,5 Prozent auf einmal bei der AfD. Also wirklich ganz genau einmal die Plätze getauscht. Und das ist schon ganz interessant, so dass ich mir dachte, da machen wir nochmal ein Video drüber. Weil man kann natürlich jetzt sagen, ja, das ist alles gefakt, also alles Quatsch und alles. Ist eine Meinung, okay. Ich glaube, es hängt aber noch ein bisschen mehr dahinter. Es hängt dahinter, dass wir sehen, dass die Grünen nämlich nur noch bei 4 Prozent sind. Die Grünen nur noch bei 4 Prozent bedeutet ja, Zahlreiche Grüne sind ja hingegangen und haben sich dafür mittlerweile ausgesprochen, wenn sie nicht uns wählen wollen, dann sprechen sie sich bitte bei der Wahl für die SPD aus. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die AfD die stärkste Partei wird. Die darf auf keinen Fall den Landtagspräsidenten stellen, etc. pp. All solche Parolen, die rausgehauen wurden über die letzten Tage und Wochen, bekommen wir mit. Und nicht nur von den Grünen selbst, sondern auch von zahlreichen Institutionen, Vereinen und was weiß ich, wie sie alle heißen, die hingegangen sind und gesagt haben, hier Nordkorea berichtet beispielsweise, deshalb rufen Initiativen zu taktischem Wählen auf. Man möchte unbedingt verhindern, dass die AfD die stärkste Kraft ist, weil man ja sieht, was in Thüringen passiert. In Thüringen sehen wir, dass sie am Rudern sind. Der thüringische Landtag wird den Jürgen Treutler als Alterspräsidenten haben. Und dann ist die Frage, wer wird Landtagspräsident? Weil das obliegt der Partei mit den meisten Stimmen im Landtag. Und das wird eine ganz, ganz spannende Kiste dort in den nächsten Tagen, eben dieses zu sehen, wie das versucht wird zu verhindern. Und diese Blöße möchte man sich offensichtlich in Brandenburg nicht geben und ruft ganz klar dazu aus, die dürfen nicht die Stärksten werden. Weil das ja was ganz prestigetechniges auch darstellt. Ja Leute, das ist halt schon alles sehr, sehr durchschaubar, wo das Ganze hier hingeht, wenn man sich das einfach mal anguckt. Grüne unterstützen SPD-Kandidatin, wie ja gerade eben gesagt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil sie realisieren, nee, das funktioniert nicht für uns. Wir sind weg vom Fenster. Aber Hauptsache, man kann der AfD noch einen auswischen. Dann zack, ja, besser die SPD wählen, damit ihr die Bösen verhindert. Nicht, weil eine gute Politik macht, das ist ein guter Kandidat. Und so weiter, es steht für dies und jenes. Nein, es geht nur darum, die stärkste Partei zu verhindern. Das ist an Lächerlichkeit alles nicht mehr zu übertreffen. Zur Landtagswahl müssen alle demokratischen Kräfte zusammenhalten. Für ein tolerantes und weltoffenes Brandenburg, sagt die Frau Littke. Gerade für eine gemeinsame, nachhaltige Zukunftsgestaltung brauchen wir auch Bündnis 90 die Grünen im Landtag. Ja, genau. Dann geht es mit der Abholzung in den Wäldern in Brandenburg schön weiter. Werden noch viele schöne, tolle Windrädchen aufgebaut. Man kennt das ja. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Aber man muss dazu sagen, sollte ein einziges Direktmandat bei den Grünen kommen, zieht die ganze Landesliste. Das ist anders beispielsweise als in Sachsen. Da bedarf es zwei Direktmandate, damit die Landesliste zieht. Wir wissen es durch den Freien Wählerkandidaten. Einer hat ein Direktmandat, nur er alleine darf einziehen. Wären es zwei gewesen, würde die ganze Liste ziehen. So, und jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt, der Direktmandate. Die Direktmandate sehen wir hier. Und das ist erschreckend. Das sind 18 Direktmandate, die in der Wahrscheinlichkeit bei der SPD sind, 25 bei der AfD und einer bei den Freien Wählern. Und wenn wir das vergleichen mit dieser archivierten Seite hier, die ist vom 14. September, also gerade mal acht Tage her, da sehen wir nämlich die riesengroße blaue Karte. Wenn wir uns das nochmal im Vergleich angucken, guck mal, wie viele Flecken jetzt hier halt auch rot geworden sind, wegen der Erststimmen halt. Und das ist halt schon ein deutlicher Unterschied, wenn man sich das mal anguckt. Zack, zack. So, und dementsprechend hier runter zur Direktmandatsituation. Da sehen wir das nämlich, da hatte die AfD über Wochen, Monate hinweg die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie 37 Direktmandate erzielen wird und die SPD eben nur fünf. Und da sieht man, was offensichtlich solche Initiativen und Aufrufe anderer Politiker offensichtlich bewirken können. Weil hier sieht man das ja auch noch, dass die Grünen deutlich stärker waren mit 5,5 Prozent im Verhältnis zu den 4 Prozent hier, hatten sie da nämlich noch eine Chance, in den Landtag einzuziehen. Aber da die Grünen jetzt geschwächt sind und sich die Leute umorientiert haben, könnte es wirklich darauf hinauslaufen, Grüne ziehen nicht in den Landtag ein, weil kein Direktmandatwahrscheinlichkeit, deswegen zieht die Landesliste wie gesagt nicht und die AfD hier mal bei 30 Prozent. Überlegt euch das mal. Und da hat man jetzt hier offensichtlich es geschafft, die Leute zu mobilisieren und hinzugehen und zu sagen, yo, SPD muss gewählt werden. Jetzt kommt natürlich die Frage, was haltet ihr davon? Glaubt ihr wirklich, dass das Ergebnis so ein knappes sein wird? Ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die SPD wird deutlich schwächer ausfallen als die AfD. Mit einem Abstand von drei bis fünf Prozent Unterschied wird das Ganze stattfinden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Alternative über 30 Prozent liegt. 30, 31, 32 Prozent in dem Bereich. Viele Leute geben bei den Umfragen auch nicht offen für sich an, ja, die würde ich wählen und alles, weil du doch direkt an den Pranger gestellt wirst. Wenn wir uns Koalitionsmöglichkeiten jetzt bezüglich dieser Umfragen hier noch angucken, sehen wir, das sind die letzten vier Wahlumfragen, aber hier, das vom 21.09., also das Aktuellste, was es gibt, da steht die AfD dann gewichtet bei 27,5, aber auch ein Verlust, hier sehen wir. Die SPD dicht auf den Fersen mit einem Plus 2,1 bei 26,6, 14,7 bei der CDU, BSW 13,1 und hier Grüne 4,2 raus, etc. Und dann sehen wir, nur noch drei Koalitionen sind möglich. Und genau das ist die Hoffnung natürlich, der demokratischen Parteien, der Superdemokraten, hier tatsächlich auf die 45 Sitze zu kommen. Es waren bislang immer 43, so dass sie zwei Sitze zu wenig hatten. Jetzt haben sie genau einen mehr als die Hälfte und das würde exakt ausreichen. Dann könnte CDU und SPD koalieren. Ich bin gespannt, wie die Wahlen ausgehen werden. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, pünktlich heute Abend um 18 Uhr, 18.30 Uhr. Dann wird das Video online gehen, wenn die ersten Hochrechnungen da sind. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten. Und ciao.